Bitte sende ich den Busch. Macht der unseren roten Verstärkungszauber oder? Ich glaube nicht, der kam von dem Ding jetzt. Der kam von seinem Blue, aber nice. Krieg statt Rastana, super für dich. Ne, Robic, rein Disziplin, ihr könnt ihr niemals killen, ihr wisst es. Ich kann es euch versprechen, versprechen. We are never gonna die. Der macht Barrier, bettet mich rein, tuttet mich dann. Disziplin. Wird nicht reingegangen. Qual ist der shit. Look at this. Okay, hat einen Port eingeworfen, die wollen mich diven. Ne, warte, er ist alleine. Hätte ich mal die shit, ne? Das ist einfach nur Doras Plate und Auto-Tax. Ist das balanced? Wer ist das? Ist das actually balanced? Ist das actually balanced? Ich habe das Gefühl, ich mache gerade die Krabbe auf Topside. Und bitte beide Meleys sterben, bitte der auch noch. Bitte stirbt Mele, Mele. Der macht safety Krabbe und er ist wahrscheinlich gebased danach. Ja, nice. Okay, hat nur die Krabbe gemacht. Team, let's go. Ups. Haben wir gemisst? Nice, mein Team ist Portman auf. Mein Team ist Portman auf. 0,04 enemy Team. Huge. Warden war natürlich gleich Respawn, ich habe danach keinen Timer mehr zu Warden. Wurde gerade gestorben, ist das ein guter Wort, weil ich schnell hier nicht weg kann. Der Hard Push und Base gehen, der Typ spielt kein TP. Das ist ein Kombo und sein Face für Mana Floor hauptsächlich. Jetzt gehen wir Tränen und Kalkauf, Leute. Und dann interagieren wir nicht mit ihm, wir scale für Late Game. Fuck this. Chilling. Guck, bang. Wie wird sich Warden gleich fühlen, wenn er mich in Lane sieht, während der Team 05 steht? Richtig, er wird sich scheiße fühlen. Roloft da durch, dann kriege ich eine Träne. Bam, 6 Stacks. Von mir selbst kriege ich keinen Stack, nur von Wukong. Nice, danke Bro. Wow. Guck mal, jetzt haben wir 12. Für den Minis haben wir verloren. Wir haben für diese Base einen einzigen Minute verloren. fucking geil. Alles andere haben wir komplett ein XP bekommen. Gut. Schön mit Kai gefarmt, Leute. Und Träne hochgestackt. Wird niemals reingekommen, nie. Also mit der Medi-Form. Reingekommelt man nicht da wirklich wörtlich. Selbst hier nicht. Der Typ ist zu healthy. Er hat zu viel Leben. Wenn der Barrier drückt, ist er vor dem Spiel. Nach, nach. Ja, länger ein Lane-Web, desto besser für mich. Denn er hat keine Items. Also, wir können ihn nicht killen, aber wir können einfach for free scalen. Und, boah, ich habe immer noch die Piet warte schon. Irgendwann kann ich ihn ankehlen. Irgendwann habe ich dann, ähm, wirklich ein Zähne-Items für den ganzen Zeit. Nochmal re-continieren und ihn nochmal einsperren. Ey, dieser Scheiß-Wolf macht mir so Angst. Ja, einfach Disziplin. Er ist nicht low. Ich bin low. Also matter of fact, ich bin low, nicht er. Dieser Champion. Es ist einfach nicht balanced. 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 Es ist einfach das erste Mal, dass ich mich im ganzen Game geqt hab und ich bin einfach tot. es ist einfach nicht beendet ja so es ist einfach nicht das ist einfach er ist der beste top-line am spiel er ist ss 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 plus tier das schild ist am beliebigen ich muss aber immer auf kage wenn ich gewollt spiele jedes einzelne game also hat wirklich wirklich auf k ist nicht zu glauben es ist wirklich nicht so passen es ist so zählen dieser wolf wenn immer ich gegen antreten muss wenn ein busch hat er mir ist er gewinnt einfach nach der gewinnt weder des tages gekauft er oder dieser wolf also es ist wirklich verrückt aber zeit bekommen ist nicht schlecht aber ist einfach überhaupt nicht mit ihm feiten die mensch war warum also ergeber weg zu gehen denn ich bin jetzt einfach so op stop walking up ich habe ja nur ein einziges mal Q getankt ich habe davor immer die ganze zeit perfekt autospaced dass ich ihm nicht geirrtet werde und ihn hütte einmal habe ich es nicht gemacht und verrückt weit kein barriere für moment vielleicht habe ich die flöscher auf so zu denken auf so zu denken an 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 beliebungen gibt lassen goldspieler spielen er muss ja nur mit dem direkt mit einem seit einem brot du ahnst es nicht es ist so verrückt das bästchen jetzt hier ist red dark man sie hier legen wir sustain und wir führen uns dadurch besser der platz im inventar für schuhe für ein halbes jahrzehnt kann mich zwischen den türmen ich muss den langen weg laufen ist so ein disziplin matchup ist verrückt hinter mir jetzt bin ich tot aber vielleicht habe ich mich fest über dem chance wo ist der wolf hat der wolf blade nee oder keine platte bekommen der wolf wer mehr gold als er das ist was gewählt ok oh mein gott als verkaufte bleibt er hat ich muss mich anschnüffeln jetzt aber immer ich würde mittlerweile lustig wie op der wolf ist einfach verrückt der wolf keine holz er ist nicht so bedrohlich wenn wir tauchen gehen mit dem affen was wahrscheinlich base ich krieg mir mehr gegen diese runde ok er ist tatsächlich also ganz ehrlich wir haben mehrmals biore gegen vorweg gespielt war alles schlimmer also jace funktioniert richtig gut gerade vier playdings ein einzigen gank bekommen gerade von erschwer hat er nichts gemacht sie war nur da und ich habe den gecheckt haben wir hier eklips wir haben keine eklips base weil wir fucking ach mein gott habe ich das item gekauft nutzlos mann jetzt habe ich nur zu sechs kruchen das calling verkaufe ich meine boots ja ich verkaufe mein port für boot so rum eine menge kleine scheiß items rumliegen rene kai red dark und pricks scepter das calling ja wir haben einen wilden echter bild aber gleich haben wir den jetzt fertig doch nicht mehr lange nächsten base mit 1100 gold das schau mal ja mann vielen vielen dank stone on fire der eine fließt ab jetzt mal hier in den ganzen gut alle die wunden sind aber eins quacks wo noch nie gefahrten gehen den dank für den support man da geht es dort ist und hier und feier die glücklich verschenken genießt ihren aufhalten und ja schnell vielen dank ebenfalls danke euch beiden vielen dank für den support ehre leute dankeschön ihr muss auch nicht dodgen ne er hat nicht einmal die q gescheitert leute vielen dank für die sub gibt ihr seid ehre sorry ich muss gerade ein bisschen fokus bei der wolf du bist der wolf der wolf und ich wir haben history habe ich für den support euch nein 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 er hat fast überlebt alter kritischerweise haben wir barrieren gerade so wir haben sein WOLF! Geil, wir haben ihn gekillt, er hat uns gekillt, wir haben jetzt Eclipse fertig und das ist einfach verrückt so, so, ist einfach verrückt, ist einfach verrückt, du ahnst es nicht, aber wir haben ihn gekillt, jetzt können wir top depil und den Turm nehmen, ist alles okay, ja, beides haben es benutzt, ich habe noch nicht beides benutzt, werde aber beides benutzt haben, werde ich beides benutzt haben, die Antwort ist ja. Alles fertig, der Turm ist gleich fertig, dann bin ich mit dem Wolf fertig. We want, we want, we want, we want, we want es ist ein Dub, das ist ein Dub, gegen Warwicklenfest, das ist das erste Mal, dass ich gegen Warwicklenfest gewonnen habe. First time! Beim Scheiß Blade. 5 Gold. Die Raptoren Farm, darf ich das? Wir machen gerade Haralds, ey, drag. Möchte ich jetzt den Wave stack, um mich da halten können. First Wolf! Auf der Plusseite habe ich noch nie mein Leben so schnell Träne gestackt, also er lässt sich hier wirklich von jeder Q hinten, weil es einfach wirklich egal ist. Es ist halt wirklich egal, ob er getroffen wird. Da haben wir sehr viele Tränen stacks, das ist nice, dann haben wir gleich mal an mir und fertig. Ich dachte, er würde mich mit passive runter chasen. Nö, es ist balanciert. Bis zum Ende oder nicht bis zum Ende? Nicht bis zum Ende. Ja, nö. Das ist einfach verrückt. Wer weiß, wo ich recalle. Ich habe einen Arrow geflogen, setze ich nieder auf den Wolf? Okay. Der Wolf, der Wolf, der Wolf. Der Wolf, der Wolf, der Wolf. Oh. Der Mann mit den Ketten. Der Wolf, der Wolf. Ich werde auch schon mal mit meinen Eclipse. Der Wolf hat noch mit der Welt, der hätte ich gut gespielt. Wo kommen wir das aufräumen? Oder eigentlich nur, okay. Oh nein, die Clip gemisst. Mal bei, wenn ich noch Q-Ri aufs Sardis Guide hätte, wäre es gut gewesen. Den Ulte dazu, nicht schlecht Oh no Neuer Arrow geflogen Oh no Oh mein Gott Warum begehe ich das erste Mal dem Anime Team Und die sind einfach OP und acen uns Wir haben einfach gerade geacet Ich hatte der Wolf ja ein Problem Da habe ich nicht Okay, wir wollen einfach gerade Hallo Anime Team, ich traue mich euch begegnen zu sein Ich habe gegen den Wolf gespielt Holy fucking shit man, ich kann die gleich antipieren Das sieht nicht gut aus Dann raus Aha Beide flashen 50 Ne, warte ich habe flash früher Ich habe Kann ich in Kenia Aber, aber auch Oh mein Gott Scheiß feig Er macht halt sich ein bisschen früher Als er Und schlusser dafür Er hat gerade keine W Geht nicht schlecht aus Weil ich noch irgendwie auf das Sama kommt Der Wolf Leute, ich könnte den Wolf Ich könnte nicht auf den Wolf brauchen Der Wolf ist so OP Das ist auch echt useless Also Wow Es ist verrückt Wir haben kein Damage Uns Ich wusste gar nicht, wie in dem Game mir geschieht Ich komme auf die Karte Und auf einmal ist einfach over Oder wie Da haben wir Da haben wir zu uns gekommen Die Karte ist natürlich eher zu uns gekommen Als wir zu ihnen Wow Can win Um blick mal am jungen Kein damage gerade auch Ich war auch unbedingt seriert Diese 800 Gold auszugeben War so fucking useless Absolut nichts geändert Wir können nichts gegen Wo wir tun mit dieser hier Überdachung ist einfach nutzlos Also 800 Gold ausgegeben Und wir keine Pausepikes haben Rechtzeitig Der Bad von mir Da hier wieder schon zu kaufen Und jetzt nutzloser Seite Was nicht mehr den Arrow gegeben Ich denke aber hallo Wenn wir 13. Tastan Habe ich das erst genächtet Die tötest du niemals Die tötet er dich Genau dort Der Rocket Jump In 3 2 1 Das ich nicht jumpen durfte Weil sie noch geruchtet war 3. PINET 15 Da wird es kein Fall mehr geben Nämlich an Der Wolf gegen den Affen Das war ein Right Close Try it Einfach überrennen Einfach mit Double Detail Tempo Ich stehe wieder ganz rein Wer da genau so untergeht wie der Rest Look at das Look at that Es geht dann auch ein bisschen zu gefiedert Ehrlich gesagt Um hier was zu machen Unabhängig vom Wolf Er ist Ich hab mich markiert Ich weiß nicht was ich aktiv gesehen In so einem Game machen soll Kann ich wirklich Landing Face gewinnen Und das ist mein Gameplay Den Wolf Einfach sterben Es ist einfach so es geht Und dann haben die Gegner Wacht das Game gewonnen Und ich hab in Landing Face Nichts machen können Was soll ich denn Landing Face mehr machen Als ihn hier zu hitten Ich hitte in die ganze Landing Face There's nothing I can do so Einfach 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 verrückt Aber plättern die Gegner Das ist nur ein nutzloses Item Das war ein großer Fehler Das Item zu kaufen war ein großer Fehler Wenn ich es nicht kaufen könnte Vielleicht gewinnen Hab ich früher Eclipse Früher alles Die Reduction war fucking end Keiner von uns hat Schaden Um Warwick zu töten Seilas zu töten Oder So ne mehr Na gut Der kann nicht sterben Oh geiler Frickt Nice Ich hab mir den Blastkund rausgenommen Geh weg von mir Ich hab ne Bombe Dann noch Damage auf Wukung gemacht Unter dich Nice Guter Catch Vorübergekombot Because why the fuck not Might as well try Bisschen irgendwie versuchen zu gewinnen Brauch ne Armor Pen Der enemy Asher Arrow Das war unser Asher Arrow Ich werd ihn einfach gerade ausjagen Denk ich Der Rest kann die Porto nehmen Aber bist tot Hat er einen für Wukung 600 G's Nicht schlecht So ne mehr Sideline kommt Bin ich einfach tot Ich kann nicht entkommen Vor Gale Force Ghost Brauch nicht mit Face Rush Geh nach Drone Sehr gut Von dem Ers Board Ermittler Mit Indip Nehmen Mit Indip Meine ich Den ersten Turret Oh mein Gott Oh shit Leute ich kann da rettivieren Aber wir töten ja nicht Noch einer Ja ich kann da rettivieren Aber wir töten ja trotzdem Weißt du nicht Cool Nur noch ein Minitipin neu Eine Bombe Nice Der Pike hier ist hoffentlich Darrow trifft fucking geil fucking geil big kids big vielleicht ein drag einfach teamfighten haben das erste ist das mit er schaut damit geben wir den weg nehmen er muss sich seine wasser rauskommt Oh, ist er tot? Das ist okay. Warum bin ich davon getroffen? Oh, fucking close, Mann. Ich bin reingegangen, da habe ich die Warburg und cancelen kann, um Ryze zu retten. Habe ich auch geschafft, aber... Bin dafür dann an Zylus gestorben. Ich hätte lieber einfach einen Drake gefeiert, aber... Das ist nicht so bad. Ja, ja. Er schaut auch noch gesessen. Jetzt hier, Peng. Rassana, es ist load. Okay. Okay, vielleicht Drake noch kontesten. 20 TP. Wir können das Game gewinnen. Ash Arrows carry ich hier ein bisschen gerade. Wir brauchen noch jeden einzelnen Arrow. Wenn die Gegner... Wenn die Gegner Speights casten dürfen, können wir sie nicht killen. Das ist nämlich ein bisschen das Problem. Ich glaube, der TP-Wort hier unten... Wenn ich darauf TP habe, könnte ich vielleicht einfach ins Internet gewandert werden. Mal sehen. Let's try it regardless. Scheinbar konnte es von der Woche auf mein Team turnen. Dachte ich nicht, dass die gleich gegen 3 turnen können, aber... I guess I'm a misjudged. Dann ist die VWort besser gewesen. Der VWort weiß, wo ich bin, ne? Also ich kann hier nicht Nash Contest mit einem HP. Der VWort sieht er genau, wo ich bin und tötte mich einfach... Lasch ist weg. Ich bin schon mal den Affen und hoffen, dass wir noch rechtzeitig zum Lash kommen können, aber... Ich meine, niemals. Gleich sieht er schon. Warte. Nice try. Holy fuck. Ich bin jetzt schon viel auf Seite, aber es ist halt auch einfach OP. Ah, ist so OP. Ich habe immer erwähnt, wie OP war ich jetzt. Jedes Mal. Aber wer holt ihr doch immer mich, weil er klug ist. Und in der Situation bin ich dann am Ende der Einzige, der ihn noch canceln kann. Seine Ulds. Also nur meine E-König-König-König. Mein ganzes Team ist gestorben. Ehrlich krass, weil gefühlt in Landing-Face, du kannst ihn einfach nicht rauskriegen. Egal was du tust. Und dann nach Landing-Face ist halt der gleiche Top-Man-Flip wie immer. Wenn dein Team gewonnen hat, verliert halt Wobbig trotzdem. Und wenn dein Team verloren hat, dann verlierst du einfach trotzdem. Keiner wie diese Runde. Frau Wolk ist einfach eine Brick-Wall. Ich wollte es jetzt. Nein, ich wollte einfach mal. Ja, es stand ein bisschen rum. Du spielst die Jagerrolle. Du fickst mich. Und dann 14 Kills. Und war vielleicht an dich, bro. War vielleicht. Holy moly man. Es ist so geil und lustig. Und es ist so unskilled. Es ist so unskilled, dass es einfach insane ist. So, andere Champions denken so drüber nach. Ich gehe Second-Win. Ich gehe Dorans Shield. Ich überlebe gegen den Harass von Range Champions. Und Wobbig er tankt jede einzelne Q-Landing-Face. Er geht Dorans Blade. Er gibt einfach keinen Fick. Es sind einfach Minions. Man sieht alles hoch, was ich in meinem Traum jemals machen kann. Ist komplett geisteskrank. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Haben jetzt das erste Game der Promo verloren. Wir gehen direkt rein. Und haben gar kein Problem damit, wisst ihr. Weil ich gehe einfach direkt ins nächste Game. Und danach werden wir einfach Warwick bannen. Wir werden einfach Warwick bannen. Und dann haben wir Freewinds. Most... Ja, natürlich. Wisst ihr, warum ich so viel damage gemacht habe? Weil ich Warwick gettet habe. Aber hat das ihn gejuckt? Nein. Hat er einfach nicht gejuckt, den Champion. Ist einfach verrückt. Kein einziges Opening in Laning-Face, ihn zu punishen. Und dann irgendwann hat der Jungler 50 Kills. GG. War played. Er ist verrückt. Wie OP das ist. Der Champion muss sich auch nicht interessieren, dafür, wann er basen muss. Ist einfach so geil. Er muss auch nicht wirklich... Es juckt ja nicht, wann er base geht. Er gewinnt ja einfach immer. Er hat Dorans Blade. Er ist Full-Bit. Das erste Mal in Lane, dass wir geqt wurden, sind wir gestorben. Du ahnst es nicht. Wir wollen immer in ein schönes Space, so wie hier. Er hat noch Barrier. Ich kann ihn nicht kennen. Er weiß, dass ich weiß das. Das erste Mal hier, dass ich... Das ist einfach verrückt. Er hat keine Items mehr. Er hat nur Dorans Blade. Ich war schon Base. Longsword, Kyle, Träne, Amina. Er hätte ich einfach direkt reconen müssen, tippen müssen. Er darf mich einfach... Er live-Stick-Kurs und live-Stick einfach. Wolf, kenne du? Und jetzt? Nochmal, später. Ich meine, wir hätten die ganzen Lendingfests über, ne? Wir kriegen vier Plates. Wir haben vier bekommen. Wir haben actually Lane gegen Warwick gewonnen, diese Runde. Das erste Mal seit Ewigkeiten. Er hat vier Plates bekommen. Er war mega behind in XP und Farm. Und auch in Gold. War fein, dieses Game. Aber das hier ist verrückt. Er sieht hier, dass... Also, das ist einfach verrückt. Rückt. Dann kam der Game-Breaking-Moment, ne? Bis dann haben wir so mit dem Wolf gekloppt für ein halbes Jahrzehnt. Dann haben wir in dem Wolf gekehlt. Wir haben seinen Turm bekommen davor schon. Und dann sind die Leute hochgesauft, haben uns alle gekehlt. Dann war das Game. Keiner GG. Hallo Sylas, hallo Pyke. Wenn ich hier noch Q durchbekommen hätte, hätte ich vielleicht das Game-Carring... Also, hätte ich vielleicht das Game gerettet, wenn ich hier Q auf den Zahles noch hätte. Ich glaube, der vielleicht, bevor er sich nochmal heilen kann. Und dann können wir vielleicht... Aber ich meine, er würde einfach nicht so aggressiv stehen, nehme ich an. Aber ja. Schade, Mann. Warwick ist insane. Einfach geil. Einfach geil. Nichts zu ändern. Warwick ist schon something else. Schade, Mann.